herzlich willkommen bei der firma race2go natürlich ohne dominik dominik sitzt hier aber wir haben noch einen anderen dominik dominik reichert macht bei uns die videografie und die ganzen videos und so weiter und dominik sales sitzt neben mir wir haben ein auto nach dubai verkauft und haben hier so eine art video log wurde mir empfohlen für euch zu machen weil euch das interessiert das auto durchläuft jetzt verschiedene leistungsstufen bei uns also ja ihr habt richtig gehört ein auto wird von deutschland nach dubai exportiert er kennt dieses fahrzeug hier von youtube wir machen da mal dieses video linkedin da rein dass ihr euch das entsprechend anschauen können und ja von daher bleibt auf jeden fall nicht nur dran sondern das läuft ja das ist hier in diesem video ab ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen und ja so verrückte sachen machen wir ich persönlich komme aus dem projektmanagement von daher habe ich heute morgen der mannschaft gesagt es lohnt sich noch niemal ms project aufzumachen und da einen projektplan daraus zu bauen weil es sind zu wenige punkte aber es ist doch einiges jetzt zu machen bis so ein auto dann in bremerhaven ist auf dem schiff ist nach dubai kommt zur laubmiklung und so weiter und so fort und vor allem dortige registrierung bis vor die haustür also das machen wir nicht nur in deutschland sondern auch in alle europäischen länder oder wie jetzt in dem fall sogar bis nach dubai für uns und schön länder schau mal bis gleich also und wenn euch das natürlich interessiert so ein auto jetzt nicht nur nach dubai oder österreich oder die schweiz oder benelux länder dänemark alle europäischen länder funktionieren auch ferneres ausland wenn ihr das möchtet raritäten zu suchen und zu exportieren dann seid ihr bei der firma race to go ganz genau richtig www.race2go.de slash suchauftrag dann landet er bei mir und meinem team und dann habt ihr innerhalb von kurzer zeit so ein exklusives auto ciao Tom von race2go so die letzten momente vom range rover hier in deutschland kriegt noch mal eine endaufbereitung und wie man sieht hier noch mal oh ja das sieht man alles schön dreckig da unten wird noch mal schön die batterie für den seetransport voll geladen das heißt das war es jetzt hier in deutschland nimmt abschied von dem dicken und wir sehen uns dann gleich wieder in dubai mit so einem beam verfahren bis gleich so auto ist endlich in dubai angekommen dauert er noch ein bisschen durch den zoll bis da alles bestätigt ist und da dauert es ein paar tage bis ihr auch euer auto bekommt und dann geht es zu unserem experten vor ort der dann das auto aus dem hafen aus dem zoll free zone nennt sich das rausholt und entsprechend dem dubai registration court vorführt die dortige tüv abnahme macht und dann eben die zulassung mit schildern und dann wird es auch noch mal gewaschen vollgetankt aufbereitet und dann direkt ausgeliefert von daher können wir endlich einen haken an die auslieferung unseren besonderen kunden denn es machen grüße gehen raus nach dubai ja wenn auch du ein schönes auto aus deutschland in dubai haben möchtest dann in der kontakt mit unserem team auf in den show notes bzw in den link beschreibungen im video findest du alle kontaktdaten und dann holen wir ein schönes schätzchen entweder von deutschland nach dubai oder von dubai nach deutschland beider richtungen gehen kannst du gerne anfangen so drei grad aus temperatur chefinnen und chef fahren an den flughafen und wir sehen uns gleich in dubai oder ich mache dann noch so aufnahmen ich wurde gebeten mal so ein bisschen den lifestyle zu zeigen und es ist samstag also heute leider nicht rasiert gibt es dann morgen wieder also tschüss eben im schnellverfahren geht es nach dubai angekommen in dubai geht es erst mal mit den koffern ins schöne hotel und bevor das geschäftliche wieder in den vordergrund rückt geht es jetzt erst mal in die höchste etwas spaß haben und natürlich darf etwas seit sehen in dieser fantastischen stadt nicht fehlen so mietwagen ist geklärt und jetzt ziehen wir uns die brille auf und dann geht es in die wüste zu den autohändlern hier in dubai schauen wir mal was sie da so rumstehen haben und was man sich hier schönes gönnen kann bis dann ciao so angekommen bei porsche in dubai wie wir sehen taikan taikan gts 911 911 also hier alles was rang und namen hat und ist schon in der garage wir gehen jetzt hoch fragen aber erstmal ob man zu ihm dürfen kommt mit der mythos dass die fahrzeuge hier net service gepflegt sind ist völliger nonsens wir haben uns gerade im workshop angeguckt und mit den mitarbeiter hier gesprochen natürlich werden die forscher hier auch in dubai gepflegt also von daher wird es das eine oder andere interessante fahrzeug vielleicht aus dubai geben was stimmt hier sollen used cars stehen es stehen genau drei rum zweiter von bachau und ein taikan ist hier gut zu erwerben aber gut schauen wir uns mal also angekommen bei land rover jaguar hier in dubai alles blödsinn was man in deutschland sagt die werkstatt sieht aus wie in einer keine ahnung in der küche da fährt ein schönes g-modell an uns vorbei mit einem pampon ersatzrad also hier ist es total crazy kommt ihr her guckt euch das an die preise von neuwagen wenn man die importiert sind genauso hoch used cars sind ein bisschen günstiger also gebrauchtwagen schauen wir mal was da in zukunft kommt auf jeden fall ist der land rover hier extrem in guten händen ja also machen wir überhaupt keine sorgen und ja im nächsten jahr wird hier service gemacht kontakte sind geknippt grüße gehen raus nach deutschland ab zum kunden hallo ich möchte heute mal kurz darauf eingehen wie und wo ich eigentlich mein auto gekauft habe bevor wir nach dubai gezogen sind und zwar habe ich was ganz verrücktes gemacht eigentlich ich habe ein auto gekauft und liefern lassen was ich noch gar nicht wirklich gesehen habe warum habe ich das gemacht ich muss zugeben es gibt einen kleinen vorteil mein bruder arbeitet in der firma bei der ich das auto gekauft habe trotzdem hätte ich es nicht gemacht wenn ich nicht das gefühl gehabt hätte dass ich gut aufgehoben bin dass ich den personen und habe ich meine von meinem bruder aber auch die dahinter stehen 100 prozent vertrauen kann also ich muss sagen dass ich von der von dem angebot bis hin zur kaufabwicklung bis zum transport soll anmeldung dann hier vor ort noch mal auch zulassung ein top top service bekommen habe ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt ich hatte nie das gefühl dass es probleme geben könnte die nicht gelöst werden können und deshalb kann ich race to go heißt die firma nur empfehlen und das tue ich wirklich aus tiefster überzeugung nicht weil ich jetzt werbung machen will sowas würde ich auch nicht machen ich würde mich niemals in die kamera stellen und etwas werben wo ich nicht 100 prozent dahinter stehen deshalb ich war super happy ich würde es jedes mal wieder tun und ich kann es auf jeden fall jedem empfehlen der keine zeit hat sich um jedes detail zu kümmern der aber wirklich vertrauensvolle partner an seiner seite braucht die ihm die prozesse im detail abnehmen gerade wenn es dann darum geht sogar in ein anderes land zu liefern kann ich race to go zu 100 prozent empfehlen ich kann auch auf diesem wege noch mal sagen danke jungs danke dominik danke tom für die super betreuung und bis zum nächsten mal so ich hoffe das video hat euch gefallen wir haben doch einiges gelernt hier in dubai vor allem über vorurteile die es gibt aus deutschland die sich so überhaupt gar nicht bewahrheiten wenn man sich die autos hier anschaut der geländereifen zum beispiel drauf v8 hinten dran steht ein toyota hybrid nissan patrol mit riesengroßen motoren und richtig gepflegt also man sieht die autos hier die sind alle in einem sehr 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 guten zustand können auch vielleicht mal näher dran gehen fällen alle in ordnung ja das schlicks verkratzt da die autos werden hier natürlich günstig gepflegt ja das heißt es gibt hier eine armada von firmen die die fahrzeuge in schuss halten und wie man sieht da drüben steht ein mercedes alles gepflegt der autos klar hier hatten wir ein bisschen sand aber ganz ehrlich wer in ostdeutschland unterwegs war da gibt es auch schotterpisten da ist nicht so dass das alles funktioniert ohne dass da auch mal ein staubkörnchen abkommt das heißt da hinten fährt irgendwie was schönes weiß nicht ob man es gehört hat aber es war flach und schnell hast du gerade durch die typische huschen sehen also wie man gesehen hat die szene hier ist extrem krass wenn ihr ein schönes auto aus dubai haben wollt meldet euch bei uns das ist überhaupt kein problem also insbesondere weil wir es jetzt hier vor ort auch gesehen haben das ist der gleiche markt wie bei uns auch wenn du halt auf mobile.de oder autoscout gehst seite 1 des entsprechend eingibst was du haben möchtest und dann kommt halt der billigste 911er in ganz deutschland oder ganz europa da kannst du davon ausgehen dass der nicht schecke gepflegt ist dass der verunfallt ist dass der im allgemeinzustand einfach auf deutsch kacke ist ja also ihr wisst was ich meine und so ist in dubai auch wenn du natürlich hier den billigsten porsche findest dann ist er natürlich verunfallt bzw wenn du glück hast ist es ein schnäppchen aber geh mal eher davon aus dass es nicht der fall ist weil hier auch angebote nachfrage dem markt regiert was sehr interessant ist dass die örtlichen dealer also die hersteller selber sehr sehr wenig gebrauchwagen haben hat einfach mit dem markt hier zu tun wenn du hier geld hast willst du einfach ein sogenanntes full option auto das heißt du nimmst hier so ein mercedes und haust einfach voll drauf was entsprechend die ausstattungsliste hergibt also da wird nicht unterschieden zwischen hat er hat das assistenzsystem und jene option sondern amg und volles rohr und alles ist dabei und so macht es natürlich auch sinn dass man die autos ihr aus dubai zurück nach europa holt ansonsten haben wir sehr viel gelernt viele kontakte hier geknüpft war eine sehr sehr spannende reise ich hoffe das video hat euch gefallen mal ein bisschen anders auch mit ein bisschen anderen setup hier bis in urlaub haben wir jetzt noch hinten dran gehängt mir war ganz wichtig dass ihr einen eindruck bekommt und vor allem ganz wichtig nehmt mit nicht nur hören sagen sondern selber erfahren im wahrsten sinne des wortes grüße gehen raus nach deutschland bis zum nächsten Mal